Hallo und herzlich willkommen bei Mainhouse. Heute bei uns, müssen wir nicht leise sein, heute gibt es SC und Techno. Normaler spielst du das aber nicht, oder? Normaler spielen noch Rock Band. Aber ich spiele schon seit sieben Jahren ab. Darunter auch sind wir halt noch unter dem Spiel, sondern ich will dabei bleiben und all die Sachen spielen. Und wie bist du eigentlich? MSC, ist die Crew aus der ihr kommt? Machica? Machico. Machico? Spanisch. Ah, Spanisch. Kann ich leider nicht. Sein DJ Name? El Machico. Cool. Spielst du nur der SC und Techno? Nein, ich spiele auch. Drone Bass, Channel, Breakbeat, Hip-Hop, alles was tanzt bei ist. Ja, alles was tanzt bei ist, genau. Wie ist eure Crew zustande gekommen? Wir haben sich vor sechs Jahren ein Soundsystem gekauft. Und da haben wir einen coolen Namen gebracht. Dann haben wir gesagt, wir sind die Mühviertler Sound Connection. Wir prägen die Mühviertler. Und so ist es entstanden. Wir haben dann Partys gemacht und drei, vier Leute haben mit mir aufgelegt. Und es hat sich die ganze Nacht super Programm gegeben. Cool. Du warst eigentlich herzuteilgekommen? Ja. Der Kollege ist verletzt? Ja. Also gestern Wetter. Gute Besserung an dieser Stelle? Faires, gute Besserung. Er hätte genauso mit dir aufgegeben. Genau. Er hätte genauso mit dir aufgegeben. Genau. Ihr seid euch dort sehr nahe. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir kennen sich schon seit eh und je. Also seit der Kindheit. Ja. Von der Schule, Kinder, ja. Eigentlich die restliche Partie auch. Also alle miteinander. Welchen Bereich? Mühviertler oben? Rohrwoch. Ganz oben. Okay. Da kann man auch Musik halten, ja? Ja. Da kann man auch Musik machen, wenn man darf. Darfst du nicht? Ja. Obwohl nicht, nein. Nein? Nein. Beschweren Sie bei uns? Ja. Viele Leute beschweren sie. Nein? Nein. Wart ihr kein Besonderes Thema? Verzieht ihr in den Wäldern und macht ihr dort Musik? Haben wir gemacht, ja. Ist jetzt immer weniger geworden, weil die Polizei immer strenger wird. Da habe ich heute schon gehört, dass es immer schwieriger wird. Aber sonst, jetzt haben wir mal ein Jahr Pause gehabt, weil ich war jetzt ein halbes Jahr weg in Australien, Neuseeland. Und du produziert irgendwer von euch? Ja. Ich auch. Hören wir heute was davon? Nein, leider. Ich habe mittlerweile noch nichts auf Platten oder irgendwas released. Eben weil jetzt ein halbes Jahr nicht daheim war. Keine Zeit gehabt für irgendwas. Und, ja. Ja. Probst du? Wir freuen uns, wenn wir mal was hören können. Ja. Kauft alle seine Platten. Wenn sie raus sind. Voll. Viel Spaß beim Zuhause vom Set. Dir viel Spaß. Danke, dass du hier gekommen bist. Danke. Auf deine Freude. Bis dann. Ciao.